Ich weiß einfach nicht, was soll ich denn anziehen? Ich hab hier nichts drin in meinem Kleiderschrank. Was da eingemessen wäre. Was soll ich denn anziehen? Was hättest du von dem? Ja, das ist recht, das passt auch nicht. Mann, was soll ich denn da nehmen? Ja! Das hier, das ist es.